Liebe Schwestern, liebe Brüder, zuweilen sind die Worte Jesu in der Bergpredigt so außergewöhnlich und zugleich sind sie immer verbunden mit dem Alltäglichsten einer Erfahrung. Wie oft öffnen wir den Mund am Tag, um uns ein Urteil zu bilden, um dies und jenes oder diesen und jenen und jene einzuordnen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Die Welt und auch die Kirche ist voll davon. Und es ist ja eine Beobachtung im Blick auf den Menschen, im Blick auf uns Menschen, auf uns gefallene Menschen, dass wir eine ganz merkwürdige Fähigkeit entwickelt haben, die Dinge bei anderen sozusagen im Nano-Bereich wahrzunehmen, im tausendsten Millimeter-Bereich, eine kleinste Veränderung, alles, der kleinste Staub. Und selber? Bernhard von Clairvaux in seiner Auslegung zu dieser Stelle findet einen Grund dafür. Und es wäre nicht Bernhard, wenn er nicht zugleich auch eine, sozusagen eine Medizin anböte. Ein großer und dicker Balken im Auge ist die Hofffahrt im Herzen, die durch ihre eitle, ungesunde, aufgedunsene und nicht feste Dicke das Auge des Herzens trübt und die Wahrheit verdunkelt. Hat sie einmal dein Herz eingenommen, bist du nicht mehr imstande, dich zu sehen, wahrzunehmen, wie du wirklich bist oder sein könntest, sondern du glaubst, so zu sein, wie du dich gerne siehst oder hoffst, es zu werden. Denn was ist der Stolz anderes als die Liebe der eigenen Vortrefflichkeit, wie ein Heiliger sie definiert? Daraus können wir umgekehrt auch sagen, die Demut sei die Verachtung der eigenen Vortrefflichkeit. Die begehrende Liebe aber kennt genauso wenig wie das Hass, das Urteil der Wahrheit. Das Urteil der Wahrheit hören. Planken heilsamen Realismus, der den Weg der Demut geht. Es hat mit dem zu tun, was Jesus uns gestern gesagt hat. Aus uns selber herauszutreten. Aus dieser Eigentrehung, dieser Eigentrehung zu stoppen und immer mehr zu lernen, aus sich heraus zu gehen. Und wer auf Christus zugeht, geht damit immer auf den Nächsten zu. Und das allein ist der Weg, sich selber zu kennen und das Leben zu gewinnen.